herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute wieder auf dem fahrrad ja wie ihr seht bin ich ein bisschen eingeschränkt vom skifahren das soll uns aber nicht weiter aufhalten hallo das soll uns nicht weiter stören wir fahren trotzdem ja wir fangen einfach mal an mit der session wo läufst denn du aus jetzt nein doch wie bei dir das schmerz war cool aus Ich bin ein Eier. Aber da geht er was. Nein! 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 Ich mach dritten. Oh! 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 Einfach Wespenstich! Kommer! Kommer! Oh! 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 Eins, go! Ach die Scheiße! Ach die Scheiße! Die kommen da drüben runter. Schlossschuh treppen! Ja die kommen da drüben, weil die sind Schloss drin. Ja also ich hab's nicht. Nein! 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 Alter! Ich war Zweiter! Alter! So Leute, also wie ihr es gesehen habt, das Rennen hat Lennart gewonnen. Und ich weiß noch nicht, ich werd's euch im Schnitt nochmal zeigen. Entweder war ich Zweiter oder der Leo. Wir waren beide. Oder wir sind beide Zweiter. Müssen wir mal gucken im Schnitt. Ja war's das auch schon mit dem Video. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass gerne ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um weitere meiner Videos nicht mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal, wir sehen скорее. Bis zum nächsten Mal.